um das ist etwas geiles gekriegt dafür er war die zwei hat Ich hatte vorhin nur zwei. Jetzt habe ich vier. Ich habe Münze. Ich habe nichts Besonderes bekommen. Schade. Aber ich war natürlich mutig. Ich habe ihn mutig weggebessert. Das habt ihr alle gesehen. Ich hatte keine Angst. Sowas wie Angst kenne ich nicht. So, lieber noch einen Apfel rein. Zwiebeln. Dann würde ich vorschlagen, gehst du erst mal wieder zurück. Wie komme ich auf mein Boot? So komme ich auf mein Boot. Alles klar. Achso. Okay. Kann man hier eigentlich auch hochgehen? Ja, kann man. Gibt es hier irgendwas, wenn ich hier hochgehe? Nicht so richtig. Okay. Ich warte mal gucken. Wo. Oh, Sonnenuntergang. Schön. So. Wir sollten... Wir sollten wieder zurück. Ei, 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 ei. Das war ja mal was. Alter Schwede. Da ist ja echt was los in dem Haufen. Das geht ja gar nicht. Der war ja voll akkro, der Typ. Voll fies. Ich habe ihm gar nichts getan. Und der kommt mir gleich so entgegen. Mein Pferd ist noch da. Gott sei Dank. Was ist denn das? Kommt das her? War das vorhin schon da? Achso. Mit elf. Ich vergesse es immer wieder. So. Zurück nach Hause. Hui. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich das Hardwood herbekommen habe. Von dem Gegner gerade oder was? Das wäre es ja jetzt, wenn ich jetzt hier jedes Mal wen abschlachten müsste. Warte mal. Ja. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Aber das können wir alles mitnehmen. Für irgendwas werden wir das schon noch brauchen. Das schöne Cannabis. So. In diesem Haus müsste ich ja dann auch irgendwann mal reingehen, wa? Aber da ist ja auch so ein Typ drin. Mist. Ich brauche unbedingt Beth. Beth, Beth, Beth. Genau. Ich brauche bessere Waffen. Komm schon, Hattie. Lauf, Pferdchen, lauf. Schneller. Wie der Blitz. Hui. Oh nein. Oh nein. Oh. Außer Kontrolle. Ui, ui, ui. Das hätte ins Ohre gehen können. Junge, Junge, Junge. Der hat mich bestimmt angegriffen, weil ich nackt bin. Und weil ich schöner aussah nackt als er. Definitiv. Der war neidisch. Oh Gott. Aber Hauptsache, wir haben es jetzt überlebt. Aber Hauptsache, wir haben es jetzt überlebt. Gott sei Dank. Habe ich den ganzen Mist doch nicht umsonst eingesammelt. Dann wäre nämlich alles fort gewesen. So. Wow. Ich bin durchs. Okay. So geht's natürlich auch. So. Ich würde echt gern mal was bauen. Das ist doch doof. Ich kann einfach nichts bauen. Ich weiß noch nicht mal warum. Und das kann ich bauen. Das ist doch schon mal was. Dann bauen wir das erst mal. Was ist das? Ach, da kann man sich ausruhen. Okay. Ich hätte gern... Waffentechnisch war ganz oben, ne? Waffentechnisch? Geht nur das hier momentan. Okay. Das macht zumindest schon mal ein bisschen mehr Damage. Und ich kann das auch bauen. Das ist gut. Dann vielleicht ein Workshop. Wo ist es denn das hier? Was brauche ich denn dafür noch? Toolset 3. Was? Scraps. Timber. Also Timber habe ich bestimmt genug, aber... Alles andere sagt mir nichts. Toolset 3. Habe ich das? Hm. Da müssen wir natürlich erst mal gucken. Okay. Wenn ich jetzt das Bett irgendwo hinstelle draußen, kann ich da noch schlafen drin? Ich weiß es. Ich habe das Bett ja hier irgendwo hingepackt. Wo ist es denn? Nee. Hier ist es. Ich lasse jetzt auf die Null packen. Oh. Kann ich das auch irgendwie drehen? Ah, mit dem Hausrad. Alles klar. Hm. 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 Okay, jetzt habe ich das schon mal im Bett. Und ich habe eine neue Axt eben gemacht. Wo ist die? Hier. Die machen wir mal da hin. Das ist jetzt auf der 6. Okay. Nehmt doch langsam alles Form an hier. Machen wir erst mal... Was ist denn... Wo ist denn das... Tütütütüt? Timber. Timber habe ich genug. Das hat noch gefehlt. Moment. Basic Workshop. Toolset 3. Habe ich hier nicht dabei? Falsch. Äh. Äh. Nö, 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 nö. Nö. Das ist hier nicht drin. Haben wir das hier vielleicht? Ich muss immer ganz kurz gucken hier. Oh, die Frau macht mich wahnsinnig mit ihrem Durst, immer. So. Fertig mit deinem Gejammer. So. Metal Scraps habe ich das? Das habe ich auch. Habe ich auch genug? Ja, jetzt steht nur noch. Weiß. Was ist denn das? Ich kann wirklich nicht besonders gut Englisch. Was ist das? Okay, also hier ist es schon mal nicht... Ah! Ach, das Ding! Jetzt kann ich es bauen. Was mache ich dann da? Okay, wo habe ich den? Wo ist er hin? Moment. Wo ist er jetzt? Äh, Workshop? Wo ist mein Workshop? Workshop? Ah, hier! Das mache ich jetzt mal so randommäßig hier hin. So. Wo bauen wir den hin? Kann man den hier so an die Wand dran machen? Wo? Alter! Alter, ist das groß. Okay, ich versuche das mal jetzt so ein bisschen so passend. Äh, Moment. So. Alter, ist das groß. Aber schick sieht's aus. Was mache ich jetzt hier? Äh. Ah! Ach so, und umso mehr kann ich bauen. Das ist ja toll. Ah, bessere Waffen. Das ist schon mal sehr gut. Oh, schick, schick. Schick, schick. Alles klar. Okay. Hm. Dann muss ich mal kurz gucken. Was gibt's denn hier schön? Was kann ich denn hier auch zur Not dieses, ähm... Harz und Gelugbe machen? Irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Hm. Wo haben wir es denn denn überhaupt? Salami? Wo mache ich die denn hier? Äh, mein Hardwood ist weg. Habe ich wohl jetzt komplett verbraucht? Mhm. Alter. Kann ich komplette Häuser bauen? Baumhaus. Junge, Junge. Ich glaube, hier werden wir noch einiges zu tun bekommen. Das mit Sicherheit. Okay. Alles klar. Alles klar. Moment. Das muss ich noch mal ganz kurz hier mal überfliegen. Was kann man hier alles machen? Oh, unten geht auf. Wasserpumpe. Alter Schwede. Oh, ist okay. Ist ja wirklich nicht besonders wenig, ne? Alter Falter. Das ist ja dann doch schon so einiges. Muss ich das hier einfügen? Nee, ne? Ich muss es einfach nur hier im Metall haben bei mir im Moment. Geh ich mal von aus. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so riesig wird. Nicht schlecht. Wo ist mein Pferd? Mach da hin. Aber jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich meine Tiere heilen kann, die ich gefunden habe. Geht's hier eigentlich ab. Oh, ne. Oh, noch ein Safe. Achso. Leider nix drin im Safe. Kommt man hier irgendwie auch hoch? Was? Ah. Das ist ja geil. schon bin ich oben. Hightech. Was kann ich hier machen? Muss ja auch Sinn haben, dass man extra hier hochkommt. Da muss man ja hier auch irgendwas machen können. Oh. Was ist das für eine Kuppel? Was ist das? Okay, dann gehen wir nochmal ganz schnell gucken, aber dann beende ich die Aufnahme erst mal. Es ist ja nun schon doch wieder ein Weidchen. Schon wieder viel länger, als ich eigentlich wollte. Das habe ich in letzter Zeit öfters. Zumal ich mich ja auch erstmal schlau machen muss, was man hier überhaupt alles machen kann. Ich laufe jetzt hier einfach nur random durch die Gegend die ganze Zeit und ist doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Ich habe doch auch einiges zu tun hier. Alter, die Frau hat eine Ausdauer. Wahnsinn. Zack, 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 zack. Ah, mit dem Mausrad kann man auch. Raffen wechseln, alles klar. Oh. Cool. Bleibs aber ruhig, Mann. Ah, das wird wohl noch... Das ist wohl noch nicht fertig. Alles klar. Die ganze Strecke umsonst gerannt, aber jetzt wissen wir wenigstens... Alter, ist das laut. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid. Gut, jetzt wieder zurückrennen. Sak-ak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Ah heine! Kk, k' kieße sich alles RES сто TAKE. Oohihih. ab 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 ja gut ich muss ja eh was trinken so was essen müsste ich auch mal wieder Kartoffel reingezwiebelt aber auch nicht, weil ich kann die Kartoffeln aus irgendeinem Grund nicht essen kann ich denn irgendwas anderes essen also es ist Campfire müssen wir auch noch hinstellen äh was habe ich denn hier noch so oh hier ich habe noch ein paar paar Warnen wir können uns noch reinzwiebeln hier so 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 jetzt sind wir komplett komplett gesättigt und schon können wir wieder ein bisschen flitzen was ist das eigentlich für ein roter Punkt hier oben im oben links in meinem Radar muss ich in die Richtung aus irgendeinem Grund was denn das oder ist das jetzt einfach nur eine bestimmte Richtungsangabe so so wollen wir mal wieder runter, wa? ach ja ist das schön so unten angekommen jetzt machen wir mal eben schnell unser Campfire wo haben wir das hingepackt? da auf die 7 bisschen drehen dass es nicht so wie so gedroschen ausschaut kann ich ruhig hier so dran kann ich ruhig hier so dran so ah wie viele Eier haben wir denn? drei Stück und mit meiner Kartoffel kann ich nichts machen? irgendwie nicht nö ich kann mir nur Eier kochen aber ich hab doch hier noch ich kann die Eier nicht kochen hier toll wie mach ich denn mein Fleisch jetzt nun? das ist ja ulkig also hab ich mir jetzt hier ein Ei gekocht und für was anderes ist es nicht gut oder was? da muss ich nochmal ganz kurz hier vielleicht kann ich ja hier was besseres bauen irgendwas zum kochen ich muss ja irgendwas irgendwas muss es ja geben damit ich mir ähm was ordentliches kochen kann hm ja was ist das denn schon wieder? alter was ist das denn schon wieder? okay okay anscheinend muss ich das noch bauen oder was? ich weiß es ja nicht hm tja Leute ich würde sagen bevor ich hier noch drei Stunden fraglos durch die Gegend renne äh würde ich die Aufnahme dann erstmal gern beenden ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf dass ich wieder ein bisschen Platz hab bei mir im Inventar weil es schaut ein bisschen vollgepackt aus alles ist alles nicht mehr so schön das können wir ruhig mal ein bisschen ordentlicher machen und wie gesagt die Aufnahme ist erstmal vorbei ich würde mich dann ein bisschen schlau machen wie hier überhaupt was funktioniert irgendwie bin ich hier doch noch ein bisschen ratlos aber das macht ja nix ich mach mich einfach mal kundig und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Animalica wieder ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe ihr seid das nächste Mal wieder dabei bis dann bis dann wir sind die die tsch видно wir sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020